Hallo, heute geht es um die Bauakustik. Bauakustik ist ja immer ein schwer zu greifendes Thema. Da handelt es sich um dB-Werte, die man irgendwie gar nicht richtig einschätzen kann und an welchem Ort und wie. Für dieses Thema haben wir heute den Abedin eingeladen. Abedin, sag uns doch mal, was sind denn so die Haupteinflussfaktoren oder Themen, die es bei der Bauakustik gibt? Also wenn man systematisch rangeht, würde man aus der Akustikerperspektive sagen, unterteilt zwischen einmal der Bauakustik und einmal der Raumakustik. Wir wollen heute den Fokus auf den Bauakustikbereich legen. Und wenn wir den Schallschutz in diesem Bereich Bauakustik angucken, teilt der sich in zwei Teile erstmal. Dass wir sagen, Schallschutz gegen Außenlärm, man sieht es hier auf dem Bildschirm, dass die entsprechenden Lärmereignisse aus dem Außenbereich, Flugzeuge, Autoverkehr, Züge, sonstige Geräusche aus dem Außenbereich, einmal zu unterscheiden sind und dass die Gebäudehülle dementsprechend konzipiert sein muss, dass sie die innenlebenden Menschen davor schützt, einen entsprechenden Komfort bietet. Und im Innenbereich, der Schallschutz gegen Innenlärm, dass die Wohnungstrenndecken, die Wohnungstrennwände der verschiedenen Parteien in dem Mehrfamilienhaus auch sauber voneinander getrennt und dimensioniert sind. Auch da muss eine entsprechende Planung stattfinden zwischen Architekt und Bauphysiker im Idealfall, dass das dann entsprechend integral geplant wird und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Okay, jetzt hast du hier ein Treppenhausmodell hier mitgebracht. Das Treppenhaus scheint ja so ein zentrales Thema für die Bauakustik bei Max Frank zu sein. Kannst du uns mal erläutern, dass wir das mal greifbar oder hörbar kriegen? Genau. So, weil es sich da handelt. Richtig. Das Modell, das wir hier haben, zeigt einfach so ein typisches Szenario aus dem Treppenhaus, aus bestehender Treppenpodesten und Treppenläufen. Das Modell 1 haben wir davon entsprechend starr aneinander angekoppelt und dieses Podest ist mit diesem Lauf entsprechend entkoppelt. Und ich würde jetzt mit einer Spieluhr versuchen vorzupühren, hörbar zu machen sozusagen, wie sich das anhört. Einfach mal dann hören, wie sich jetzt in der starren Ankopplung das Ganze anhört. Wenn ich jetzt umsetze auf den entkoppelten Bereich, wird man doch merklich, dass das nicht mehr so laut ist wie vorher und das zeigt einfach, dass die Entkoppelung funktioniert. Ich setze nochmal zurück. Also man kann hier sehr schön zeigen, der Trittschall, der eine besondere Form des Körperschalls ist sozusagen, ist schon wichtig, entsteht durch Laufgeräusche oder eben im Gebäude wird es durch Stühle, Rücken oder dergleichen stattfinden aus dem Trenndecken. Aber hier reden wir über das Treppenhaus. Da findet es ja, weil es ja eine Verkehrsfläche ist, wird es ja begangen. Und da muss man natürlich durch die entsprechende Planung das versuchen, entsprechend einzugrenzen auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir doch da hier so ein Treppenhaus. Aus welchen Bauteilen kann ich denn überhaupt akustische Trennung erzeugen? Im Treppenhaus haben wir im Wesentlichen Podeste, Treppenpodeste und Treppenläufe, wie man sie hier sieht. Und wenn ich erst zwischen Treppenpodest und Treppenlauf die jetzt rot eingeblendeten Bereiche entkopple, ist schon mal da die Entkoppelung richtig ausgeführt. Dann in dem Bereich zwischen Treppenhauswand und Treppenpodest kann ich Entkoppelungen machen. Und entlang der ganzen Linie sozusagen, wo die Seitenwangen eine Berührung haben zur Treppenhauswand, auch da eine Entkoppelung einzufügen, wäre auf jeden Fall sinnvoll, damit man halt den Trittschallschutz dort optimal abrundet und im System sozusagen behandelt. Aber jetzt erklär uns doch mal, welche Bauteile haben wir denn eigentlich, Bauprodukte haben wir denn, um die Treppen akustisch zu entkoppeln? Also im Treppenhaus geht es uns in zwei Bereiche im Wesentlichen. Das ist einmal jetzt das Podest, die Entkopplung von Podesten und von Treppenläufen. Wenn wir die Podesteinkopplung meistern wollen, dann haben wir zum Beispiel als Max-Frank zwei Lösungen. Einmal unseren Ecopal, wir stehen aus so einem Ankerkörper, mit einer entsprechenden Akustikbox dahinter, die in der Wand dann entsprechend einbetoniert ist. Dann haben wir hier eine weitere Variante, das ist unser Ecosono, mit einem entsprechenden Akustiklager in dieser entsprechenden Box, der in diese Zapfen entsprechend, wo die Zapfen hier eingreifen. Wenn wir uns die Laufentkopplungen angucken, da können wir ja auf zwei Varianten auf den Bau stoßen. Einmal den Ortbeton-Ausführung, also wenn das in Ortbeton ausgeführt wird, dann bietet sich hier das an, mit dem Ecostep den Treppenlauf vom Treppenpodest zu entkoppeln. Und wenn wir das mit Fertigteilelementen machen, also wir haben Fertigteillauf und wir haben Fertigteiltreppenpodest, dann bietet sich das an, diesen Ecoscal zu verwenden, der in der S-Form hier, dann einfach in die entsprechende Konsole eingelegt wird, der Lauf wird entsprechend darauf eingesenkt und dann ist das sauber entkoppelt auf jeden Fall. Spannend! Jetzt interessiert mich natürlich wirklich am meisten, wie funktioniert denn jetzt eigentlich der Ecopal hier? Ja, der Ecopal, ich bereite das mal so ein bisschen hier vor, damit man das so ein bisschen von der Seite zeigen kann. Wird das aufgebaut, das ganze Prinzip? Also das ist im Prinzip so, dass wir, wie gesagt, hier die Wand eigentlich in der Realität haben, wo die Akustikbox schon im Vorfeld im Zuge der Wanderstellung mit einbetoniert wird. Später, wenn man den Podest dann entsprechend betoniert, wird natürlich der Ankerkörper in diese Bewährungsthematik mit eingearbeitet und auf entsprechende Fugenmaß gestellt, je nachdem, was auf der Baustelle notwendig ist. Und dann ist das eigentlich am Ende ein funktionsfähiges System. Wenn man da jetzt mal tiefer reinschaut, also wenn man aus schalltechnischer oder drittschalltechnischer Sicht wissen will, wie sieht das denn da drinnen aus, dann muss man sich das Innere mal angucken, das Innenleben. Man hat eine Akustikbox, die das Ganze sozusagen zusammenhält im Wesentlichen, die inneren Komponenten. Wir haben hier drei Komponenten, bestehend aus dem Elastomerlager, was die Tragfähigkeit zum einen gewährleistet, die entsprechend notwendig ist und natürlich auch die Trittschallminderung herbeiführt im entsprechenden Element. Wir haben, damit der Dorn die entsprechende Last oder die entsprechende Kraft auch übertragen kann, haben wir eine Lastverteilungsplatte mit einer Hülse, wo dieser Dorn dann entsprechend eingreift und damit dieses Gebilde nachher nicht an der Akustikbox entsprechend diesen Schall vielleicht oder den strechenden Trittschallphänomene weiterleiten kann, ist ein Dämmkörper außen drum herum gesetzt und das ganze Gebilde ist nachher in dieser entsprechenden Akustikbox verbaut und somit gewährleistet, dass auch dieser Schall später sich nicht über diese Box wiederum in dem Gebäude weiterleiten kann. Super! Jetzt haben wir ja wirklich viel erfahren, große Bandbreite. Also wir sehen, wie wichtig doch im Vorfeld ist, bei der Planung von Treppenhäusern die Bauakustik zu berücksichtigen und welche Maßnahmen es da eigentlich gibt. Danke und bis zum nächsten Mal!